Chor Kast. Chor Kast. Chor. Chor Kast Chor. Chor Kast Chor. Chor Kast Chor. Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Chor Kast. Vielleicht habt ihr es schon erkannt, wir haben heute wieder große Prominenz für das Intro gewinnen können. Live aus dem Muppet-Show-Laboratorium hat uns Beaker, der Assistent des Professor Dr. Honigtau-Bunsenbrenner, da gerade ganz wunderbar die Habanera vorgetragen. So wie wir uns in der letzten Folge gefragt haben, wie geht es für die Chorsszene weiter, ist es hier unsere große Wissenschaftsepisode. Also nur Beaker kommt hier dieses Mal nicht zu Schaden, versprochen. Wie immer bin ich nicht allein, sondern ich habe meinen Kollegen Sebastian bei mir, der extra mit den Muppets für dieses Intro verhandelt hat. Hallo Sebastian. Servus David. Bevor wir aber richtig loslegen, müssen wir uns einmal dann doch noch bedanken für das riesig große Feedback, für das Hören, für das Vielfache Teilen und für alle, die es bis zum Schluss ausgehalten haben. Ja, ganz explizit bedanken müssen wir uns beim Sängerkreis Limburg jetzt auch einmal hier zum Hören. Vielen Dank für das Hosting des Podcasts und fast sogar noch ein größeres Dankeschön an die Schwarmintelligenz. Danke, danke, danke. Wir haben jetzt eine Homepage. Innerhalb eines Tages, nachdem wir mit der Sendung online gegangen sind, hatten wir das Ding vollkommen unkompliziert. Ihr wisst, wer gemeint ist. Vielen, vielen Dank. Ihr könnt uns im Internet finden unter www.dercorecast.de in einem Wort. Wir haben jetzt auch eine Facebook-Präsenz, auf der haben wir jetzt auch schon geteilt, dass wir die ersten Erfahrungen mit einem CO2-Messgerät gemacht haben. Das ist da total durch die Decke gegangen. Ja, wir erinnern uns ganz kurz, in der letzten Folge haben wir über das CO2-Messgerät gesprochen. Also CO2, das Gas, wird gemessen und analog zum Aerosol, was ja ein unsichtbarer Nebel ist, können wir darüber Aufschluss erhalten über die Luftqualität, die wir in unserem Raum haben. Also ein CO2-Messgerät steigert unsere Sicherheit und ist tatsächlich gar nicht so teuer. Ab 100 Euro, 150 Euro sind die ersten guten Geräte schon zu haben. David, erzähl mal, wie war das denn? Du hast doch jetzt mit CO2-Messgerät geprobt. Genau, also vielleicht ganz kurz zu den Rahmenbedingungen. Die Halle, in der wir geprobt haben, hat so einen Grundriss von 20 mal 10 Metern und hat eine 4,5 Meter Deckenhöhe. Laut einer CO2-App oder der CO2-App, die wir letzte Woche auch erwähnt haben, dürften wir da rein rechnerisch ganze 130 Minuten am Stück durchproben. Machen wir natürlich nicht, wir wollen auf Nummer sicher gehen. Und wir haben jetzt eben dieses Messgerät aufgestellt und sobald jetzt diese 800 ppm Obergrenze erreicht ist, piept das Gerät und warnt uns. Wir haben gelernt, 800 ppm ist diese von der VBG vorgeschriebene Grenze. Genau, erzähl uns kurz, wie habt ihr das Ding aufgestellt? Ja, es ist jetzt schon die zweite Probe, die wir damit hinter uns haben. Bei der ersten haben wir es direkt vor mir auf dem Klavier platziert und bei der zweiten haben wir es jetzt einfach mal auf einen Stuhl zwischen die Sänger gestellt. Wir waren weder bei der einen noch bei der anderen Probe über einem 690er Wert, bei dem zweiten ging es glaube ich noch nicht mal über 500. Das sieht also sehr gut aus. Kann das sein, dass es auf dem Stuhl vielleicht zu tief liegt oder hast du in dieses Gerät reingesungen oder reingesprochen, weil es vor dir auf dem Klavier stand? Das kann auf jeden Fall sein. Wir sind noch so ein bisschen am Rumexperimentieren, was da die beste Position ist. Ich wollte zur Vergleichbarkeit auf jeden Fall gerade in den beiden Positionen nochmal ein paar Proben machen, aber ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, was da die richtige Information ist, ob die Aerosole jetzt nach oben gehen, aufsteigen oder ob sie schwerer als Luft sind und neben nach unten sinken. Deswegen probieren wir jetzt auch da einfach noch ein bisschen aus. Also Aerosole, die kleinen Nebeltröpfchen verdunsten ja und werden ja tendenziell leichter. Mit der Thermik ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es nach oben geht. Auf diesem Stimmbildungsseminar im Westerwald, über das wir schon berichtet haben, da stand es auf einem Stativ. Also ich weiß es auch nicht genau. Ich habe noch keins in der Hand gehabt. Ich habe gehofft, dass ich jetzt auch diese Wochen mit einem CO2-Messgerät proben kann. Das ist leider noch nicht passiert, aber das ist ja verrückt. Also da habt ihr ja tatsächlich doch einen deutlichen Unterschied in den Messwerten. Genau. Also ich habe auch festgestellt, dass tatsächlich, sobald man dran vorbeiläuft oder eben nur in die Richtung atmet, auch da eher mal die Werte fluktuieren. Aber man hat zum Beispiel auch gemerkt, dass nach einer Pause, also wir waren wie gesagt vor dieser Pause bei 690, nach einer 15-minütigen Lüftungspause waren wir dann wieder bei 430 oder irgendwie sowas Gerundetes. Also da hat sich auch die Pause bewährt. Das ist doch auf jeden Fall spannend zu hören, dass die Lüftungspause dann so viel bringt, gell? Genau. Ich habe von einer Chorleiterin noch gehört, das wollte ich noch kurz mit anschneiden. Die hat ein bisschen Pech gehabt. Die hat ein Gerät gekauft, was wohl WLAN-Anschluss benötigt, um zu funktionieren und hat das dann frustriert wieder zurückgeschickt. Aber ja, also die hat jetzt auch, glaube ich, das gleiche Gerät, wie wir, dann im Nachgang gekauft. Jetzt interessiert uns ganz brennend, habt ihr in euren Chören auch schon Messgeräte oder wie geht ihr damit um? Ihr könnt uns gerne schreiben. Unsere E-Mail ist derchorcast, zusammengeschrieben, at googlemail.com. Da freuen wir uns sehr, wenn ihr uns da gerne eure Berichte auch teilt. Ja, teilt uns eure Meinungen mit. Wir sind neugierig und wir würden auch gerne hier berichten, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Ich denke, es kann nur allen helfen. Je mehr Erfahrungen wir teilen können, desto sicherer wird die Nutzung sein. So, bevor wir jetzt endlich aufs Hauptthema kommen. Wir wollten ja heute über die Studien sprechen, müssen wir aber tatsächlich mal etwas tagesaktuell werden. Wir haben heute Donnerstagabend, den 22.10. Heute Vormittag war die große Pressekonferenz mit dem Chef des Robert-Koch-Instituts. Und ihr wisst es alle, wir müssen es gar nicht sagen, die Infektionszahlen schießen nach oben. Die Inzidenzen steigen selbst hier bei uns im ländlichen Raum, in Limburg-Weilburg. Und aufschlussreich war tatsächlich, man hat eine Grafik gesehen, dass viele Ansteckungen jetzt im privaten Umfeld geschehen. Also ganz, ganz gefährlich. Frankfurt, Köln, die großen Städte, haben wir uns für euch mal angeschaut. In Frankfurt herrscht eine Inzidenz von 143,7. In Köln beträgt sie 111,7. Also die Städte haben teilweise die 100er-Marke schon geknackt. Hier im Landkreis Limburg-Weilburg hatten wir heute um Mitternacht eine Inzidenz von 47,6. Und um 12 Uhr mittags 49,9. Also 0,1 Punkt entfernt von dieser magischen 50er-Grenze entfernt. Wie gehen wir jetzt damit um? Was machen wir denn? Ich befürchte ja, es wird Konsequenzen für uns geben. Momentan soll man Privatfeiern nur mit 15 Mann feiern. Veranstaltungen haben eine Obergrenze von 150 Personen. Was bedeutet es aber jetzt, wenn wir die Inzidenz von 50 knacken? Der Landkreis Limburg-Weilburg schreibt dazu, es wird ein konsequentes Beschränkungskonzept geben. Eine enge Zusammenarbeit mit dem Planungsstab Covid-19 des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration. Die sind hier in Hessen für Corona verantwortlich. Und den koordinierenden Krankenhaus des Versorgungsgebietes wird anliegen. Das heißt, die Kompetenzen wechseln. Es könnte Mobilitätseinschränkungen geben. Und es könnte auch sein, dass wir nicht mehr unsere Probenräume nutzen dürfen. So wir denn in städtischen Hallen zum Beispiel proben. Oder auch in Kirchen, also im öffentlichen Raum. Ich habe ein bisschen Angst davor, David. Wie geht es dir? Also einer meiner Chöre hat tatsächlich schon entschieden, einfach aufgrund der Situation präventiv die Proben, so wie sie jetzt stattgefunden haben, einzustellen. Beziehungsweise zu pausieren. Also das hat natürlich vor allem auch erstmal mit Angst und mit Vorsicht zu tun. Was man immer respektieren muss und auch will. Wir werden da in kleiner Besetzung noch ein bisschen weiter proben. Und schauen, dass wir das Beste aus der Situation machen. Aber ja, also ich kriege das auch von einigen Chören hier aus der Region schon mit. Aus der Pfalz habe ich zum Beispiel gehört, da sind auch schon die ersten Chöre, die nicht mehr proben dürfen wirklich. Wir haben intern diskutiert, wie wir mit diesem großen Elefanten im Raum umgehen sollen. Wir haben vor, heute über die Forschung zu sprechen. Und hatten auch eigentlich gehofft, ein bisschen was für die Aktivität und für die Hoffnung der Chöre tun zu können damit. Tatsächlich spricht einiges aus der Forschung ja für uns, da haben wir uns doch was erhofft heute. Jetzt müssen wir aber deswegen einmal ganz klar betonen. Bitte haltet euch an die vorgeschriebenen politischen Corona-Verfügungen. Unser Chorcast soll unsere Hörer in keinster Weise dazu animieren, die geltenden Corona-Verfügungen zu ignorieren. Wir wollen die aktuelle Situation nicht in ihrer Brisanz schmähern und in keiner Form gegen geltende Verfügungen argumentieren. Wir wollen hier lediglich einen Zusammentrag von Informationen zum wissenschaftlichen Stand liefern. Wir sind auf der Suche nach dem Weg zurück zur Normalität, aber bei Einhaltung der notwendigen Verfügung. Also bitte nehmt auch das besonders ernst. Wie gesagt, die Wissenschaft könnte uns Chorsängern eigentlich Freude bereiten und vor allen Dingen eine gute Argumentationsgrundlage für den weiteren Betrieb liefern. Naja, schauen wir mal drauf. Das wollen wir euch jetzt nicht vorenthalten. Wir haben uns etwas Arbeit gemacht. Wie ging es denn los? Was waren denn die Studien, die für uns Chöre relevant sind? Also es ist tatsächlich so umfangreich, wenn man da jetzt auch über den Tellerrand schauen will, wenn man die internationalen Studien mit vergleichen will, dann ist es tatsächlich eine unerschöpfliche Arbeit. Wir haben auch lange überlegt, wie wir es sortieren sollen. Und der deutsche Musikrat hat uns tatsächlich auf seiner Homepage den Einstieg da etwas erleichtert und für uns die interessanten Sachen schon mal zusammengestellt. Das ist ja auch eigentlich eine super Sache. Also das muss man ja an sich schon mal festhalten, dass jetzt die Studien, die wir jetzt auch hier besprechen, sich rein mit dem Musizieren befassen. Also das heißt, da gibt es schon eine sehr breite Studiengrundlage und wir wollen das jetzt einmal versuchen, hier im Überblick darzustellen. Genau. Wenn ihr selbst nachrecherchieren wollt, also wir versuchen natürlich unsere Homepage immer auf dem aktuellen Stand zu halten und das bereitzustellen, über das wir auch sprechen. Und dann gehen wir auch direkt rein. Wir haben ja lange gewartet, nachdem Mitte März dann unser Shutdown kam und alles kam zum Erliegen und es war erst mal die große Betäubung da bei allen. Dann ging es tatsächlich erst im Mai los mit neuem Wissensgewinn oder mit Wissensgewinn überhaupt. Am 5. Mai kam von der Charité Berlin von Prof. Dr. Mürbe die Beurteilung der Ansteckungsgefahr mit SARS-CoV-2-Viren beim Singen. Aber es ging dann Schlag auf Schlag tatsächlich im Mai. Es haben sich ja dann die Studien aus Freiburg und von der Bundeswehr-Uni München tatsächlich hervorgetan und die kamen ja fast zeitgleich raus. David, du hast dir Freiburg angeschaut. Genau. Freiburg hat dann direkt nachgeliefert. Das Freiburger Institut für Musikermedizin hat dann am 6.5. direkt seine Studie herausgebracht. Aufbauend auf dieser Studie kam dann ein Hygienekonzept nach, was ursprünglich für die Musikhochschule in Freiburg gedacht war, was aber auch Grundlage für ganz viele andere Hygienekonzepte war, zum Beispiel eben auch für die Chormusik hierzulande. Und dieses Hygienekonzept ist seitdem immer wieder upgedatet worden und wird es, glaube ich, auch immer noch. Der aktuelle Stand ist jetzt vom 17.07. und da könnt ihr auch bis heute auch immer wieder nachlesen. Genau. David, lass uns den Titel noch reingeben. Die Risikoeinschätzung einer Coronavirus-Infektion im Bereich Musik. Was haben die gemacht? Die haben zum ersten Mal Strömungen visualisiert. Die haben versucht, über quantitative Messungen Luftgeschwindigkeiten in verschiedenen Abständen zu messen. Die haben dabei auch festgestellt, das war ganz spannend für uns, dass eben Tröpfchen sowohl ballistisch als auch Aerosol maximal zwei Meter um den Singenden oder die Singende fliegen können. Das heißt, die haben außerhalb dieser zwei Meter Grenze, ich glaube, es waren 1,9 irgendwas, haben sie eben nicht mehr feststellen können, dass noch in irgendeiner Form was nachweisbar ist und haben dann aufgrund dieser Messung das erste Konzept rausgebracht. Genau. Die Bundeswehr-Universität München hat dann am 8. Mai direkt nachgelegt, musizieren während der Pandemie. Was rät die Wissenschaft? Über Infektionsrisiken beim Chorsingen und musizieren mit Blasinstrumenten. Hier wurde anhand von Lasertechnik und dann tatsächlich High-End-Kameras, also Digitalkameras, die auch Superzeitlupe etc. beherrschen, wurden dann Tröpfchen sichtbar gemacht. Das Ziel der Studie war, die ballistische und strömungsbedingte Ausbreitung sichtbar zu machen. Und jetzt für uns relevant, es wurde eine professionelle Sängerin und auch Gesangsdozentin Marion Spingler untersucht, sowohl eine Laien-Sängerin. Rausgekommen ist tatsächlich, und gut, das ist dann bei der Profisängerin weniger verwunderlich, aber in einem Abstand von 0,5 Meter konnte keine Bewegung mehr sichtbar gemacht werden. Unabhängig von der Tonhöhe und von der Lautstärke. Und das war tatsächlich dann bei dem Laien-Probanden ähnlich. Also das war die Betrachtung des Aerosols und man hat noch die Tröpfchenverbreitung gemessen und ist da tatsächlich zu dem Schluss gekommen, in einem Abstand von 2 Metern, sogar überwiegend in einem Abstand von 1,5 Metern, konnte man dort keine Luftbewegung, konnte man nichts mehr wahrnehmen. Genau das ist das, was wir in der letzten Folge schon besprochen haben. Da kommt diese Reizhusten-Messung her, also dass man über diese 2 Meter Grenze eben auch selbst bei starkem Reizhusten keinen Tröpfchenflug, also keine ballistische Ansteckung mehr hat feststellen können. Und die Autoren Kehler und Hain haben damals auch schon für uns, ganz wichtig für die Chöre, Empfehlungen ausgesprochen. Man soll doch eine versetzte Aufstellung über die Reihen tatsächlich einhalten und haben sich auch zur Lüftung geäußert. Das war das erste Mal, dass tatsächlich dort direkt über die Lüftung gesprochen wurde und zwar am besten sollten Aerosole nach oben abgeführt werden, also eine vertikale Lüftung von unten nach oben. Es wurde auch eingegangen auf die Raumbegebenheiten, also je höher die Decke, desto ungefährlicher ist der Raum, also der Bezug zum Raumvolumen, also je mehr Aerosol ein Raum aufnehmen kann, desto tendenziell geringer ist ein Übertragungsrisiko. Kurz danach gab es dann auch die Studie aus der Bauhausuniversität in Weimar. Am 23.06. hat die dann ihre Risikoeinschätzung zur Ausbreitung der Atemluft bei Blasinstrumenten und Sängern während der Pandemie herausgegeben. Hier wollen wir nicht ganz so genau drauf eingehen, wir wollen es aber ganz kurz deshalb erwähnen, weil es sich sehr lohnt für Interessierte, da nochmal einen Blick drauf zu werfen, weil die einfach auch einen sehr anschaulichen Versuchsaufbau hatten. Was bis jetzt anzumerken ist, der Schwerpunkt der Studien, die bis jetzt zu dem ganzen Corona- und Aerosol-Thema ausgeführt worden sind, hat sich immer mit der individuellen Ansteckung der Personen befasst. Die Parameter Raumgröße, Deckenhöhe, Gruppengröße oder auch Probendauer sind bis zu dem Zeitpunkt eigentlich noch kein großer Forschungsgegenstand oder zumindest kein veröffentlichter. Ja, nicht dezidiert. Also München geht ja kurz darauf ein. Aber das hat uns doch damals erstmal wieder Hoffnung gemacht, dass wir wieder singen können. Wir hatten was, womit wir arbeiten konnten. Ja und tatsächlich ist es auch wirklich einfach so gewesen, dass wir dann auch bis heute ja teilweise auf diese Studien zurückgreifen, weil wir eben sagen können, der ballistische Flug von den Spuckpartikeln geht nicht über zwei Meter. Deswegen, wenn wir unsere drei Meter Abstand anhalten, dann kann da auf jeden Fall schon mal ausgeschlossen werden, dass insofern eine Ausbreitung stattfindet. Gleiches gilt für die Aerosole. Da haben wir auf jeden Fall schon viele wertvolle Daten für uns gewinnen können. Konkreter, also wir hatten es ja eben schon, die Aerosolanreicherung über die Luft war tatsächlich bis hierhin jetzt noch nicht wirklich erforscht. Wir haben uns damit abfinden müssen, dass wir eine halbe Stunde singen und dann Pause machen müssen, dass draußen singen besser ist als drinnen. Dann kam tatsächlich Anfang Juli wieder aus Berlin, von der TU Berlin, die Risikobewertung von Probenräumen für Chöre hinsichtlich virenbeladenen Aerosolen. Also die Studie beschreibt die Anreicherung von Aerosol in verschiedenen Proberäumen. Also es gab einmal einen großen Chorsaal, es gab noch einen zweiten Chorsaal, die waren jeweils maschinell belüftet, es gab einen Probenraum maschinell belüftet, dann gab es einen Probenraum, der zu Vergleichszwecken nicht maschinell, also sprich mit Fenster belüftet wurde und dann wurde ein kleiner Probenraum dazu gezogen. Gerade die Konzertsäle, die hatten ein Raumvolumen von 20.000 Kubikmetern, also was schon stattlich ist. Die Erkenntnis, wenn man jetzt alle Messungen miteinander vergleicht, die dort angestellt wurden, ist, je größer der Raum und je kürzer die Probenintervalle sind mit dementsprechender Lüftungspause, desto ungefährlicher ist es tatsächlich für die Teilnehmer. Also es wurde getestet in Chorstärke, das muss man noch dazu sagen. Ja und teilweise auch sogar mit Publikum, wenn ich mich recht erinnere. Es ist wichtig vielleicht gerade noch, ich bin nicht ganz sicher, ob du es gesagt hast, dass das jetzt quasi eine Studie ist, die zum ersten Mal über einen Zeitraum das Ganze betrachtet. Genau. Es gibt die Kurven über die X-Achse, habt ihr tatsächlich die Zeiterfassung und man kann sehen, wie sich die Raumluft mit Aerosol anreichert. Man kann da auch ganz schön visualisiert erkennen, wann wurde eine Pause gemacht, wie lang hat diese Pause gedauert. Also dann geht tatsächlich die Belastung in der Luft nach unten und wenn es dann wieder weitergeht im Programm, wenn alle nach einer Viertelstunde zurück sind, steigen die Kurven wieder an. Das wurde einmal gemacht mit einem Proben-Sing-Intervall von 30 Minuten und einmal von 60 Minuten, also mit doppelter Zeit ohne Pause. Und da schießt die Kurve beachtlich nach oben. Festgehalten wurde, auch durch Fensterlüftung kann eine erhebliche Risikoreduktion erreicht werden. Die ist aber von Witterungsbedingungen abhängig und schwer einzuschätzen. Also es wird empfohlen, tatsächlich auf maschinelle Lüftung zurückzugreifen. Jetzt ist eine Sache, die ist mir unklar, David. Wir haben eröffnet mit dem CO2-Messgerät. Da bekomme ich, um ehrlich zu sein, die Einheiten nicht übereinander. Beim CO2-Messgerät haben wir Parts per Million und hier wurde gemessen Parts per S. Und ich glaube, es ist nicht Second, sondern das S ist ein Platzhalter für Kubikzentimeter. Das weiß ich nicht. Falls ihr Physiker zuhören, bitte helft uns. Schickt uns gerne eine Erklärung, wenn ihr diese Studie nochmal nachgelesen habt, an dercorecast.googlemail.com. Genau, weil das finden wir auch total interessant, weil wenn das jetzt so wäre, dass man da irgendwie eine Querverbindung schaffen könnte, dass man quasi auch da über die Luftqualität irgendwie eine Verbindung schaffen könnte, dann wäre das ja für uns eine ganz spannende Angelegenheit, weil wir ja schon mit CO2-Messgeräten zum Teil die Proben überwachen. Leider konnte man jetzt nicht herauslesen, was genau die Messmethode war. Ich meine mit Partikelzähler, aber wo der positioniert war, also der genaue Versuchsaufbau, ist tatsächlich nur sehr rudimentär beschrieben. Da habe ich jetzt auch in der Recherche nicht mehr gefunden. Das ist eigentlich schade, weil genau das Aerosol über die Zeit ist ja das große Fragezeichen, was uns eigentlich umtreibt. Aber naja, vielleicht könnt ihr uns weiterhelfen. Die Charité ist ja allgemein ziemlich rührig gewesen in der ganzen Zeit. Also du hattest eben schon mal den Herrn Mürbe angesprochen. Der ist ja dann auch schon wieder in der nächsten Studie dran. Es ist auf jeden Fall super spannend, weil das, was du gerade gesagt hast, die Lüftungspause kommt hier zum ersten Mal als eben eine valide Option, auch wenn sie nicht so gut ist wie die maschinelle Lüftung, dass man eben da auch die Probe verlängern kann, wenn auch mithilfe einer Pause. Erstens muss ich noch anfügen, Prof. Dr. Mürbe, der Phoniater von der Charité, war auch in dieser Studie dran. Was es noch zu sagen gibt, dass die Räume und Säle, die mit Lüftungsanlage, mit zwei- beziehungsweise dreifacher Luftwechselrate pro Stunde arbeiten, so gut wie gar keine nachweisbaren Aerosole haben. Und das ist doch eigentlich mal sehr interessant für unsere Politik, um da mal Differenzierungen tatsächlich zu treffen, was unsere Probenräume angeht und was unsere Probendauern angeht. Also wenn diese große Welle wieder vorbei ist, was ich mir hoffen würde, dass wir hier tatsächlich mal einige Lockerungen oder Zugeständnisse erfahren, wenn wir mit guter Lüftung proben können. Aber nur gut, die nächste Studie kommt, wie gesagt, wieder von Prof. Dr. Mürbe und Fleischer, und zwar direkt am selben Tag veröffentlicht von der TU Berlin die Erhöhung der Aerosolbildung beim professionellen Singen. Professionelles Singen, das ist ja jetzt tatsächlich nicht wirklich unsere Zielgruppe, obwohl wir natürlich wunderschön singen. Diese Studie ist insofern interessant, dass sie einen sehr guten Versuchsaufbau hat. Das Messverfahren ist wieder mit Partikelzähler. Und zu dieser Studie gibt es aber noch zu sagen, vor Bristol hat sie schon rausgefunden im Juli, dass Singen und Sprechen eine 20- bis 30-fach höhere Emissionsrate hat als das normale Mundatmen. Die HNO-Abteilung der Universität München-Erlangen hat dann kurz darauf am 3.7. auch ihre eigene Studie in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk herausgetragen. Ich langweile euch nicht mit dem englischen Titel, aber was ganz spannend war, dass wir hier eben wirklich zehn Sänger haben, die eben mit Kameras auch gefilmt wurden. Die haben für diesen Versuch eine E-Zigarette oder den Rauch einer E-Zigarette inhaliert. So wurde diese Ausatemwolke sichtbar gemacht. Und diese Sänger haben Freude schöner Götterfunken gesungen. Sie haben das gesprochen, leise und laut und gesungen, leise und laut und das Ganze dann noch auf Vokalsilbe gesungen. Was man dazu sagen muss, diese Studie wurde vom Bayerischen Rundfunk in Auftrag gegeben und wir lassen euch auf jeden Fall auch den Link da auf der Homepage und auf Facebook. Da kann man mal nachschauen. Das ist tatsächlich sehr anschaulich. Was auch hier wiederkam, war, dass auch wirklich bei starkem Pusten und Husten die größte Verteilung der Wolke nicht über 1,9 Meter hinausging. Interessant ist, dass da ein ähnlicher Wert ist wie schon am Anfang bei der Bundeswehruniversität, dass da wieder quasi sich das herausstellt, dass über diese zwei Meter hinaus eben kaum noch irgendwas nachweisbar ist. Nur die eigentliche Länge der gesungenen Vokale macht überhaupt eine nennenswerte Aerosole-Verteilung heraus. Aber auch das kam immer noch nicht an diesen Wert von diesen 1,9 Metern von einem Pusten heran. In Bristol, du hast das eben schon angeschnitten, gab es dann auch nochmal eine Studie, die eigentlich auf den ersten Blick sehr gleich aussieht. Hier haben wieder 25 professionelle Sänger aus verschiedenen Genres ein Lied gesungen. Hier in dem Fall war es dann Happy Birthday. Allerdings wurde hier nicht per Kamera, sondern wieder per Partikelzähler gemessen. Und hier wurde dann erst leises und lautes Sprechen, Singen, Atmen und dann eben das gleiche in, sodass es dann möglich war, laut aufgezeichnet. Diese sogenannte Perform-Studie wurde in einem Operationssaal durchgeführt, in einer Laminar-Flow-Umgebung. Die Experimente fanden vor einem Zero-Aerosol-Hintergrund statt. Das ist, glaube ich, hier besonders. Was man zum anderen auch noch sagen muss, während sich in München-Erlangen mehr darauf konzentriert wurde, wie und in welcher Form sich die Aerosole ausbreiten, setzte Bristol mehr auf die Art und Weise des Ausstoßes der Aerosole. Also in Erlangen hat man eben noch mal gemessen, wie weit sich die Aerosole verbreiten. Und in Bristol ging es dann darum, wie viel ausgestoßen wurde. Hier schreibt das Deutsche Ärzteblatt in seiner Zusammenfassung, Wie das Team um Jonathan Reed von der Universität Bristol berichtet, stieg die Zahl der Partikel mit der Lautstärke an. Dabei spielte es keine Rolle, aus welchem Fach die Sänger waren. Opernsänger produzierten nicht mehr Tröpfchen und Aerosole als Popmusiker, sofern sie in der gleichen Lautstärke sangen. Auch das Geschlecht und der Body Mass Index oder die Lungenfunktion, der sogenannte Peak Flow, der Sänger beeinflussten die Messergebnisse nicht. Interessanterweise war der Partikelausstoß nicht niedriger, wenn der Satz Happy Birthday to You gesprochen statt gesungen wurde. Entscheidend war die Lautstärke. Singen und Sprechen produzierten in der Regel eine größere Menge an Aerosolen als einfaches Atmen ohne Intonation. Auch der Anteil der größeren Partikel war höher. Das ist eigentlich eine ganz interessante Sache, weil das ist so ein bisschen das, was wir eigentlich den ganzen Sommer auch schon beobachtet haben. Da wir im Chor eh schon gewohnt sind, Abstand zu halten, sind wir quasi auf der sicheren Seite, wenn man das so sagt, oder auf der potenziell sicheren Seite. Aber dieses typische sich in Gaststätten laut unterhalten, während man aber trotzdem mit zehn Personen an einem Tisch sitzen darf, wo der Abstand aber dann wesentlich geringer ist, das hat dann auf einmal eine ganz andere Auswirkung. Genau, da muss man ja auch mal sagen, also so sicher wir ja wahrscheinlich unterwegs sind mit unseren Hygienekonzepten. Ich kenne tatsächlich Kollegen, die sagen, ihr seid in der Chorprobe fast sicherer als zu Hause. Muss man auch deutlich ansprechen, die Disziplinen außerhalb der Wege in die Chorprobe sind halt relevant. Also es bringt nichts, wenn wir uns ganz diszipliniert in drei Metern Abstand hinsetzen, nehmen auf dem Platz dann die Maske ab, machen dann eine Probe, ziehen dann die Maske auf, gehen raus in die Lüftungspause, machen das ganze Prozedere dann nochmal, ist die Chorprobe rum und wir stehen aber vor der Halle, dann fallen wir uns erstmal in die Arme oder teilen uns noch was aus der Tüte Kirschen. Dann waren alle Hygienekonzepte tatsächlich für die Füße und es heißt nachher doch, hier beim Chor hat sich jemand angesteckt. Also da müssen wir vielleicht jetzt mit Blick auf das aktuelle Geschehen, auf das aktuelle Infektionsgeschehen tatsächlich alle nochmal ein Stück mehr zusammenreißen. Ja und tatsächlich auch einfach wieder verstärkt drauf achten. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was wir im Sommer viel mehr noch toleriert haben, weil eben einfach, ja, wir haben es ja auch aus den Medien gehört, das Virus war im Sommer verhältnismäßig weniger ansteckend. Es hat sich in dieser trockenen, heißen Umgebung schlechter gehalten und jetzt, wo es tatsächlich im Ideal leider Klimafilm-Virus wir uns bewegen, ist es super schwierig, sich jetzt so zusammenzureißen. Ja, ich glaube tatsächlich, der große Unterschied ist, wir sind in den Chören, das muss man ja schon nochmal betonen, das, was der Jürgen vor drei Folgen zu uns gesagt hat, das denke ich, das hat immer noch Gewicht, dass wir uns in den Chören immer bemüht haben und das auch weiterhin tun. Aber ich glaube, wir müssen jetzt nochmal verstärkt auch um diese Randzeiten uns bemühen, dass wir da diszipliniert bleiben, was du eben schon gesagt hast. Nee, aber es geht ja tatsächlich auch ins Private. Ich war heute, nachdem ich diese Pressekonferenz vom RKI gesehen habe, wo wirklich statistisch mit den Daten aus den Gesundheitsämtern ganz klar aufgezeigt wurde, es gibt ein wirklich niedriges Infektionsgeschehen, jetzt zum Beispiel beim öffentlichen Transport in Bus und Bahn. Aber es ist rasant im Vergleich zu den Vorwochen und Vormonaten im privaten Umfeld nach oben geschnallt. Man möchte gerne feiern, aber man sollte das doch tatsächlich sehr bedeckt halten. Also wir haben jetzt auch, ich glaube auf einer Familienfeier, wir haben niemals die zwölf Personen geknackt. Gott sei Dank, da bin ich sehr froh, dass meine Familie da auch auf der Hut ist. Um jetzt wieder ein bisschen zurückzukommen. Ich glaube, was wir letztendlich euch auf den Weg geben wollen zum Abschluss dieses Podcasts ist, die Chöre sind eigentlich gar nicht daran schuld. Die Chorprobe ist gar nicht daran schuld, dass das Coronavirus sich weiter verbreitet und dass gerade die Zahlen durch die Decke gehen. Zumindest gibt es bis jetzt keine Beweise dafür. Wir haben am Anfang schon gesagt, wir wollen uns natürlich nicht gegen die Politik stellen, aber es gibt ganz klare Indizien dafür, dass wir mit der aktuellen Wissenschaft eigentlich sehr gut funktionierende Konzepte haben. Wir müssen uns einfach an die eigene Nase fassen und jetzt auch in der Zeit, wo wir nicht in der Chorprobe sitzen, sondern wenn wir da hingehen und wenn wir sie verlassen und dann auch in so einem eigenen privaten Bereich sind, dass wir da auch weiter diese Konzepte umsetzen. Genau. Deswegen jetzt für euch noch einmal zusammenfassend. Die Deutsche Gesellschaft für Musikphysiologie und Musikermedizin, von der haben wir auch in der letzten Folge schon gehört, hat eine Handlungsempfehlung zum Infektionsschutz beim Musizieren herausgegeben. Musizieren während der SARS-CoV-2-Pandemie. Die letzte Aktualisierung ist vom 13. August 2020 und besagt im Kern Folgendes. Die Einhaltung der Abstände, also ein Abstand von mindestens 2 bis 2,5 Metern radial um den Singenden die Singende, verringert das Risiko deutlich. Je größer der Abstand ist, desto geringer das Risiko. Eine versetzte Aufstellung ist empfehlenswert. Nutzung von großen und hohen Räumen. Je größer das Raumvolumen, desto kleiner das Risiko. Konsequentes Lüften. Das geringste Risiko besteht bei einer maschinellen Lüftung mit einer Luftwechselrate von mindestens 6 Mal pro Stunde. Wobei, das würde ich ja fast behaupten, hat die TU Berlin, hat Professor Mürbel ja schon etwas widerlegt. Und das ist ein Streitpunkt. Da sollte die Wissenschaft uns auf jeden Fall noch einige Antworten liefern. Die optimierte Zeitdauer der Proben ist ganz wichtig. Je kürzer die Zeit des gemeinsamen Singens, desto geringer das Infektionsrisiko, weil sich die Luft nicht so mit Aerosolen anreichern kann. Tragen von geeigneten Masken. Das Infektionsrisiko kann im Sinne des Fremd- und Eigenschutzes, wo es künstlerisch vertretbar ist, durch ein Singen mit Mund-Nase-Schutz verringert werden. Wir wissen ja, dass der Mund-Nasen-Schutz tatsächlich auch die Aerosole zurückhält. Also seit Corona bekommen wir auch weniger Mundgeruch unserer Mitmenschen mit. Das ist, glaube ich, da eine ganz gute Analogie. Man sieht immer mehr Menschen in Einkaufsläden auf der Straße, die tragen so ein Kinnvisier tatsächlich. Der Landkreis Limburg-Weilburg betont es zu Recht, ein Kinnvisier ist kein zulässiger Mund-Nasen-Schutz. Also tatsächlich schützt es vor Tröpfchenübertragung, aber viel wichtiger sollte es eigentlich vor Aerosol schützen. Und die Aerosole können natürlich bei so einem Kinnvisier einfach an der Maske vorbeiströmen. Und das Allerwichtigste ist die Berücksichtigung des regionalen Infektionsgeschehens. Die steht tatsächlich über allem. Soweit hat das die Deutsche Gesellschaft für Musikphysiologie und Musikermedizin zusammengefasst. Und ich denke auch, dass das die politische Grundlage ist. Du hast es jetzt eben schon einmal kurz eingefügt, wo die Wissenschaft uns vielleicht noch mal irgendwie helfen kann. Das ist so ein bisschen die Schlussfrage, die ich noch stellen will, beziehungsweise es gibt noch so eine Frage, die haben wir seit längerer Zeit nicht diskutiert und die interessiert uns dann doch noch brennend. Es war schon im Sommer einmal die Rede davon, dass wir diese Schnelltests bekommen. Und das wäre für uns noch mal eine ganz interessante Frage. Wann kommen die Schnelltests und bieten die denn für die Kulturszene eine Chance? Ich weiß nicht, bist du, hast du das mit den Schnelltests so verstanden? Ich habe ganz viele Leute getroffen, die das zum ersten Mal gehört haben, dass die eben zum Beispiel besonders praktisch für Veranstaltungen sein könnten. Dieser Schnelltest ist ja im Prinzip im Format eines Schwangerschaftstestes, so habe ich das bis jetzt auf jeden Fall aufgeschnappt. Und man macht sich dann in Mund und Nase einen Abstrich und dann wird dieser Abstrich mit einer Testflüssigkeit zusammengebracht und man hat dann nach ca. 15 Minuten ein Ergebnis, ob man virenbelastet ist. Im Unterschied zu den gängigen PCR-Tests, die jetzt vom Gesundheitsamt ja verordnet sind, falls man Kontakt hatte mit infizierten Personen, wird da aber nicht quasi das virale Erbgut getestet, wenn ich das jetzt richtig erinnere, sondern tatsächlich ein Protein des Virus. Genau, ich kann wirklich wärmstens empfehlen, das Video von MyLab dazu zu schauen, einer ganz jungen, fantastischen Journalistin vom ARD, die auch auf YouTube unterwegs ist, unter genau diesem Kanal namen MyLab. Und zwar geht es im Prinzip darum, dass man, und das wissen viele nicht, es wird dem Test immer nachgesagt, dass der nicht so genau sei wie der PCR-Test. Das ist zwar irgendwie richtig argumentiert, aber wesentlich entscheidend oder der wesentliche Knackpunkt bei der ganzen Sache ist, dass der Test besonders aussagekräftig ist, wenn man eine besonders hohe Virenlast hat. Und diese Virenlast, ich muss das einmal kurz einfach zitieren, weil das eben so ein wichtiges Ding ist. Ein großer Vorteil der Antigenen-Tests besteht darin, dass zwischen Probenentnahme und Ergebnis nur 10 bis 15 Minuten vergehen, das hatten wir gerade. Deshalb könnten gerade die Antigenen-Schnelltests helfen, Infizierte früher zu finden. Der Grund? Aus Studien weiß man, dass man die höchste Viruslast hat, bevor man überhaupt etwas von der Krankheit bemerkt. Gerade dann kann man andere Menschen leicht anstecken, auch wenn man sich gesund fühlt. Dabei muss eines klar sein, ein negatives Testergebnis mit einem Antigenen-Schnelltest bedeutet nicht, dass man nicht infiziert ist. Es bedeutet aber, dass man an diesem Tag mit hoher Wahrscheinlichkeit niemanden ansteckt. Denn gerade dann, wenn man besonders infektiös ist, schlägt der Test auch genauer an. David, weißt du auch, wann dieser Test kommt? Ne, leider bis jetzt nicht. Weil tatsächlich hat man doch davon gehört, schon vor einem Monat, die sollen jetzt fertig sein. Ich meine, ich hätte irgendwas aufgeschnappt. Du hast dich damit intensiver beschäftigt. Ich meine, ich hätte irgendwie Mitte November im Hinterkopf. Ich habe auch schon verschiedene Zahlen gehört. Ich weiß, das höre ich auch zum ersten Mal. Das wäre super, weil das birgt natürlich eine Riesenchance. Wir könnten natürlich damit zum Beispiel, jetzt als ganz blödes Beispiel, sagen, okay, ich möchte heute Abend in ein Konzert gehen. Dann komme ich einfach, sagen wir mal, eine halbe Stunde vorher, mache also diesen Test und weiß dann, dass ich mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht ansteckend bin. Das heißt, ich könnte dann auch vielleicht am Hygienekonzept der Veranstaltung dementsprechend etwas rumschrauben. Weil dieser Antigentest hat im Gegensatz zum PCR-Test noch einen Vorteil. Der ist nämlich viel, viel billiger. Was soll der kosten? Weißt du das? Ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf. Ich glaube, der PCR-Test, je nachdem, wo man ihn macht, da zahlt man zwischen 40 und 60 Euro. Ich glaube, der Antigen-Schnelltest, da bewegen wir uns im Rahmen von 3-4 Euro. Also wirklich ein großer Unterschied. Das wäre für Veranstaltungen natürlich mega. Das könnte man auf einen Ticketpreis aufschlagen. Und das würde uns ein Stück näher ans Konzertieren heranbringen, nicht wahr? Ja, und gleichzeitig würde es auch tatsächlich eine riesengroße Aussage über Bevölkerungsdurchseuchung geben. Also wirklich dürfte eigentlich nur Vorteile mit sich bringen. Muss halt in Masse auch erst mal produziert sein. Also bin ich gespannt. Den können wir uns ja alle einen Zehnerpack zu Weihnachten schenken lassen. Ja, ihr Lieben, jetzt sind wir hier einmal durch den Stand der Wissenschaft durchgeflogen. Ich hoffe, es ging euch nicht zu schnell und es war gut geordnet und ihr habt etwas mitnehmen können, falls ihr das noch nicht alles aufgeschnappt und erfasst habt. Wir hinterlegen euch auf jeden Fall unsere Recherchen einmal auf der Homepage und auf Facebook und Twitter, damit ihr das zu Hause noch mal überprüfen und nachrecherchieren könnt. Und ich würde sagen, Augen zu und durch. Hoffentlich müssen wir nicht in den kordischen Lockdown. Bleibt alle gesund. Bleibt so viel zu Hause, wie es geht. Meidet Kontakt. Alles Gute, bis zur nächsten Folge. Acht's gut. Tschüss. Tschüss. Kuh Kuh Kuh